Nochmal gucken. Können wir ja irgendwann mal so machen, dass du dann auch noch mal zuguckst oder so. Dann haben wir gleich den Support. Achso, ich gehe noch mal rein. Ich will noch mal gucken, ob ich schon leveln kann. Ich habe 2666. Laufen ist mit dem Pad unten links. Also jedenfalls... Warte mal, das ist X, genau. Also mit diesem Pistolengriff. Ja, genau. Ah, ich brauche 3312. So, Schlagen ist bei mir hier oben. Genau. Was ist denn mit... Ich kann mit der oberen... Also bei mir ist es ja ein Dreieck, ne? Mhm. Mit dem oberen Knopf auf diesem Steuerdings da. Da kann ich irgendwie so eine... Für meine Waffe so ein Ding hier, guck mal, aktivieren. Wenn ich jetzt drücke... Mach da so. Ui, ist das Schwert länger geworden, oder? Ne, aber es leuchtet auch. Ja, stimmt. Krass. Warte mal, was habe ich denn hier noch? Ich habe... Äh... X... Y... Dann habe ich hier... Spring. Hm. Ich muss noch mal die Sperre rausmachen. So. Ein bisschen leiser machen hier. Zack, 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 zack. So. Ja. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, der mit Joypad. Das kann ja was werden. Ja, ich auch. Bis man sich da gewöhnt, wie das wird... Ja. Oh nein. Ich frage mich, wie man die fixieren kann jetzt. Ah, okay. Bestimmt Feuer. Alter, heftig. Ey, ich überlege mal, ein anderer Charakter hat 75. Der geht, der ist ja butterweich, wenn der da durchgeht. Äh, wie hast du nun fixiert? Ähm, ich habe den Steuerknüppel reingedrückt. Ah, alles klar. Wird bei mir wahrscheinlich auch so sein. Also den rechten, glaube ich. So. Jetzt ist die... Aber heilen bleibt bei F, ne? Oder wie heilt man sich? Äh, ne heilen ist mit der... mit dem Steuerkreuz. Ah, alles klar. Alter, wie der sie wegrollt. Ah ja, genau mit Steuerkreuz. Ah, nach oben. Jetzt habe ich auch den Würfel wieder um den Kopf, was auch immer der bedeutet. Konntest du nochmal lesen, was das alles bedeutet, oben links und so? Nee. 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 Okay, dann können wir ja mal, ähm, hier lang und dann nach oben klettern. Ah, jetzt bin ich einfach weggelaufen. Ist das blöd, du siehst ja gar nicht, wo ich hinlaufe. So. Ja, okay, hier war auch lang, theoretisch. Ah ja, da stand ja auch noch einer, ne? Genau. Habe ich ganz übersehen. Ein Schlingel. Ah, jetzt kann ich wieder leveln. 5530 habe ich. Äh, wo bist du denn? Äh, ich bin reingegangen, um, äh, nochmal kurz zu leveln. Ah ja. So. Ja stimmt, ich kann auch. So, ich kann sogar... Ich muss erst mal an die Tasten gewöhnen. Ja, wenn man es die ganze Zeit mit, ähm, Tastatur gespielt hat, ist es doch ein bisschen ungewohnt, ne? So, Ausdauer. Ja, Ausdauer ist jetzt synchron. Nächste ist bei mir 3511. Also, muss ich noch ein bisschen sammeln, aber haben wir ja gleich. Ich versuche auf jeden Fall stärkere Reflexe, ähm, und Ausdauer so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Genau, ich glaube, hier lang und dann können wir mal die eine Treppe hoch. Oh, ah. Ach, hier, äh, da ist noch einer, der Ärger haben will. Ja, die sind nicht ohne, ey. So. Aber man muss dann echt aufpassen, dass man nicht runterfällt, ne? Genau. Alter. Ich habe auch beinahe schon wieder runtergefallen. Aber das, äh, du hast recht, also das Fixieren bringt wirklich eine Menge, ne? Wenn du die einmal fixiert hast oder so, dann kannst du da richtig draufhauen. Ja, der scheiß Fisch, ey, der geht mir immer auch ein Pinsel. So, mal kurz hier aufladen Energie. Ah, wenn ich mal wüsste, was dieser blöde Würfel bedeutet, ey. Ich habe keine Ahnung. Ne. Okay, dann gehen wir mal hier die Leiter hoch. Siehst du, da wollte ich dir auch noch ein Secret zeigen. Muss man mal machen. Ach so, hier müssen wir wieder aufpassen, hier müssen wir springen. Oh nein. Ja, habe ich mir gedacht, dass so geht es mir auch mal. Das ist echt übel, ne? Das ist eine Stelle. Also, ich will nicht lügen, aber ich glaube, ich bin da so fünfmal oder so bin ich da schon gestorben. Ja gut, ich bin zum Glück nicht gestorben, aber runtergeklappt. Ja. Ah, ich muss den Rechten nehmen zum fixieren. Ich will da mal wissen. Okay. Ich habe hier schon mal fast alle verhauten. Oh, ich bin tot. Ah, du bist tot? Ja. Oh, warte mal. Komm ich mal. Warum muss ich nicht wiederbeleben? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja da runtergefallen und wusste halt überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Hm. Warte mal, ich komme mal runter. Ich glaube, hier oben fährt die Bahn. Ah, jetzt... Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich auch gestorben, aber... Warte mal. Ach, die Bahn fährt? Warte mal, dann bist du... Dann müsste ich gleich mal zu dir kommen. Ich glaube, dann weiß ich, wo es ist. Wenn ich das überlebe... Warte mal. Nee, das ist die falsche Richtung. Komm mir vor wie Batman, wenn ich dich rette. So... Die Bahn fährt ja hier. Hier bin ich. Ja, genau. Ah, alles klar. Da musst du aufpassen, da sind noch viele Gegner. Mhm. Störfst du jetzt nicht? Ja. Ha, stimmt. Oh Gott. Ich blödmann. Ah, das ist ja wieder... Dummheit. Fuck. Aber egal, da kann ich meine Energie wieder einsammeln. Und kann dann auch gleich leveln. Ja, ist mit Joypad echt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ich muss mich definitiv dran gewöhnen. Mhm. Aber vielleicht, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es einfach, weil ich weiß es nicht. Mhm. Ich vermute mal auch. Weil ich finde, das ist ein unheimlicher Fingerbrecher. Wenn du es mit Tastatur spielst. Ja. So, warte mal. Dann müssen wir ja eigentlich nur wieder nach rechts... So, warte mal. Hier, den können wir auch mal killen. Obwohl hier ist gar keiner. Aber hier kommt, glaube ich, einer rausgekrochen. Ja, hier ist er. Jawoll. Ja, ich merke das halt, wenn ich die fixieren möchte. Und, äh, fixiert immer die... Bei mir fixiert ja immer die hinteren irgendwie. Okay. Ja, genau. Das Problem habe ich auch manchmal. Da habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit. Ah, da ist ja wieder ein Freund von uns. Ja, das kann man mal sehen, wer die größere Sense hat, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ah, da hinten ist auch meine Energie dann. Sehr gut. So. Da hinten ist meine Energie und der Geist. Ja. Ja, daneben. Ja. Wir kugeln zu zweit auf den einen. Ja. Verträgt aber ne Menge, ne? Ja. Aua. Alter, jetzt gibt es aber einen auf dem Arsch, hier. Das war echt übel. Vor allem, wenn wir irgendwie was fixiert, kann man sich gar nicht mehr umdrehen. Ne, genau. Man ist total steif. Äh. Ja. Das. Schließt. Jetzt halt nur drauf drücken, dass er das fixiert dann nochmal weglässt. So, dann würde ich sagen, lass uns nochmal leveln. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Ach, da können wir dann auch hoch, aber ich glaube, wir müssen erstmal hier lang. Warte mal, ist das überhaupt richtig? Ja. Wollen wir mal den Weg wieder finden. Die, 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 die. Hier gehts lang, genau. Ach, da hinten ist ja noch einer. Warte mal, die Punkte können wir uns auch nochmal holen. Alter. Falt, Alter. er wollte es jetzt aber wissen was ich noch nicht rausgefunden habe wie ich damit abrolle wenn ich jetzt laufe die untere ist bei mir die x-taste aber quatsch wird sind die absb rechts unten genau sehr gut das sieht doch ganz ordentlich aus mal gucken ob ich ein paar aktionen eintauschen kann hier und wenig so benutzer auch meine reflexe die muss ich jetzt auf jeden fall aufleveln aber auch vier jetzt habe ich schon 3936 punkte ich benötige um zu leveln ganz schön heftig ja das stimmt so genau jetzt können wir hier lang gehen und dann können wir nach oben zumal witzig wenn man hier langsamer land läuft wo gerade sagen da kommt die immer angesprungen so haben wir auch ich gleich erst mal übersprungen scheiß mit der kondition ja ich finde auch die ist so schnell normal also die müsste bis zum bildschirmrand bis zum bildschirm ende kommen irgendwie mehr als energie so jetzt bin ich höre ich jetzt nicht zum ersten mal blut hier auf dem boden noch nie gesehen ja ich hab den ja auch richtig aufgeschnitzt alter richtig bruttel findet nemo ist auch wieder da da gehen wir auch mal ein pinsel der schleimige fisch der kommt immer irgendwann um die ecke so ich gehe mal hoch ich hoffe ich kann dir jetzt mal zeigen wo es denn lang geht so hier wieder springen hat ja das war aber knappe so sehr gut so genau jetzt können wir mal gucken und zwar ich wollte dir mal was zeigen müssen wir mal schauen wenn wir hier hinten sind dann kommt auch auf jeden fall gleich wieder einer raus gekrabbelt und zwar du kannst man kann hier auf das brett springen also auf dem balken und dann darüber alter und das jetzt mit dem pad ach du scheiße hat ja auch wieder nicht funktioniert bei mir auch nicht scheiße ja wenn man das schafft kann man rüber springen und dann findet man auch noch mal ein paar punkte extra und so ja genau hier kommen wir ja nicht weiter okay dann können wir die punkte ja woanders sammeln noch ein paar leute umhauen hier okay energie habe ich null ist hier noch einer drin ne den haben wir schon gezeigt aber wo wir noch mal lang können wo wir noch nicht waren ach so halt falsch wir können hier noch mal rein aber gehen da nicht nach unten sondern nach oben sozusagen und zwar nicht nicht links lang sondern wir gehen jetzt mal rechts lang hier lang was wir sind ja mal links rum gegangen war doch diese komische gasse wurde den typen aufgeschlitzt das genau genau und jetzt sind wir ach so das ist ja jetzt hier nur ane warte mal dann dann habe man habe ich mich vertan müssen hier wieder hoch ich brauche eindeutig ein navi so ja das wird ja so und zwar hier runter genau hier waren wir noch nicht hier kommen jetzt vier stück oder so die tür ist zu übel übel sprach der dübel verspannt in der wand was so hat er dich nicht rein gelassen oder ne ich bin ok warte mal ich mach mal auf kommen sie rein ja moment hatte ich bin gerade machen kämpfe noch mit der steuerung ein bisschen ok alter voll ausgesperrt ja hier wir haben keine miete bezahlt ok dann haben wir die auch ach so das war schon genau hier unten gab es nur ein paar aktionen noch mal extra so und jetzt genau hier geht es noch mal hoch hier waren wir glaube ich noch nicht und zwar doch hatte man ja ich weiß jetzt weiß ich wo ich lang wollte so sehr gut genau da lang hier lang müssen wir müssen jetzt hier links doch zwei seien dies auch wissen wollen ach ja du hast ja dann ein laser vergesse ich immer wieder ja der funktioniert nicht so toll so jetzt muss ich wieder lernen wie man damit schießt ach ja stimmt ja so dann würde ich sagen wir können ja noch mal warte mal hier waren wir glaube ich auch noch nicht hier müsste rechts gleich einer der ist auch nicht da unten sind noch zwei stimmt ja ich weiß halt nicht wenn man schießt oh vorsichtig hinter dir was ist hinter mir da ich war ein typ mit der rakete den ich gerade bekämpft habe ach da weil mir stehst du in der luft da war gar keiner echt ja krass so da ist noch ein fisch ja genau da können wir auch gleich hin da können wir auch so ein fisch fertig machen da geht es dann auch zum endgegner hier in der kammer geht es aber auch noch mal weiter hier ist noch einer ich glaube die server sind irgendwie nicht ganz ich kann mich wieder heilen sehr gut also schwebe ich immer noch in der luft oder ne du brauchst die meiner luft ich sehe doch keine gegner wo du im haus ach so ok schlägst du wieder aufgeben ja wenn ich machen musste man twitch an machen um das zu sehen so hier genau hier kommen jetzt die fische ja so hier kommt jetzt auch noch mal einer dann können wir noch mal nach unten da sind auch fische und diese raketentyp ok der ist manchmal verschwinden die auch im untergrund diese scheiß fische richtig gut prima material knochen da wusste ich auch noch nichts mit anzufangen was man damit machen kann so hier geht es jetzt zum endgegner das hat aber momentan glaube ich noch keinen sinn ich würde sagen wir level noch mal kurz aber wir können es wenigstens mal probieren oder wenn wir mal also zumindest wenn wir noch mal heilung haben genau ja wir sollten die endgegner auf jeden fall probieren ich habe jetzt nur gedacht wenn ich die punkte da nämlich verliere dann kann ich die nicht wiederholen ach so ja gut dann das stimmt dann können wir die jetzt noch mal verbrauchen mit den ganzen aktionen die wir haben und dann würde ich sagen genau und dann können wir es ja mal probieren wenn wir dann sterben sage ich mal dann sollten wir öfter mal zum endgegner gehen vielleicht sollte man die auch mal trainieren irgendwie dass wir die dann drauf haben du brauchst du deiner luft ja ja in vier drei stück ich sehe absolut niemand hier ist auch einer ich sehe nicht also recht bei mir niemand ok ich treffe auch keinen wenn du bist halt auch nur ein geist für die siehst du wahrscheinlich auch grün aus ja ich glaube auch ja das spiel ist doch in vielen sachen echt ziemlich verbuggt ja zack oh gott voll gegen wand gesprungen joypad steuerung des grüßen so jetzt habe ich 4098 ok alter level kosten 3936 das ist echt übel ich weiß nicht ob ich auf reflexe ich glaube ich setze noch mal ein auf ausdauer das macht mehr sinn ja jetzt haben wir 162 punkte ich kann einmal noch aufladen wir können ja mal hingehen zum entgegner wenn wir da sterben macht ja nichts ich hatte immer das gefühl dass ab und zu wenn man vom stein weg kommt ist denn auch welche spawnen oder so hier sind auch wieder zwei wenn ich nehme mal das handy und stimm mal bei twitch das wirklich oh ja ich sehe das ist jetzt so ein raketentyp ich weiß ich schreifte auch gerade einer an ja ich kann hier sogar legen aber ich sehe nicht so jetzt ist er weg warte mal dann gehe ich mich noch mal aufladen weil das macht ja keinen sinn ja ich kann mich auch noch mal aufladen einmal anfassen und dann ich meine das ist ja ich bin entsetzt ja wenn das beim endgegner auch so ist kann ich einpacken achso ja genau du sagst da greift dich einer an und ich habe weder geräusche gehört noch irgendwie gesehen genau hier gibt es übrigens zwei arten hier gibt es einmal polarisierung erhöht die gegnerische stärke in diesem universum und da gibt es aushöhlung verringert die gegnerische stärke in diesem universum das könnte ich mal drücken denn starten wir quasi in diesem level neu aber die gegner sind ein bisschen schwächer ja kannst du machen wir verbrauchen zum senken der schwierigkeitsstufe so genau dann kann ich das auch noch mal gleich machen dann sind sie noch leichter ja muss mal gucken ob das geht schönes glas milch trinke ich gerade lecker weil ich mag überhaupt keine milch also nicht so so ich kann keine aushöhlung mehr machen vielleicht kannst du das noch bei mir stehen ich kann jetzt auch keine machen okay dann ist das noch mal bis zum schluss ausgehöhlt ja werden wir ja gleich sehen war ja die gegner wieder komplett neu da sind und jetzt müssten hier glaube ich gleich eigentlich noch welche runter gesprungen kommen oder ach ne das ist hier hier kommen gleich welche ach der guck mal der steht da was hat er denn für probleme scheiße bin gestorben heftig ja ich habe ganz vergessen wir haben ja weil wir zu zweit spielen drei ne genau da waren zwei stück auf einmal was ich blöd finde wenn du fixierst schlägt da drauf ist auch geil der verliert dir nicht aus den augen aber du hast keine möglichkeit dann auszuweichen ne ja und das auch wird manchmal fixiert der echt den hinteren und schlägt dann neben den vor dem man eigentlich steht ja das ist echt also viel leichter habe ich das eben nicht gefunden muss ich ehrlich sagen ich glaube ich muss gleich noch mit der pastatur spiel mein pet dekonnektet sich immer wieder okay das ist ein wlan ja habe ich nicht aber das kann ich gar nicht muss das mal glaube ich mit dem pet de warte wenn ich es raus ziehe ob es danke jetzt kann ich den gar nicht mit der tastatur stein haben das ist ja blöd was kann ich vielleicht funktioniert ja escape wieder ich kann es bestimmt hier umstellen im menü steuerung also das rollen ist mit dem joypad wirklich einfacher als mit der tastatur aber so richtig überzeugt finde ich von der steuerung auch noch nicht wie kann ich denn jetzt eigentlich auf tastatur umstellen ja wenn du escape drückst ach nee warte mal ich muss mal genau bei mir ist es ja start button und dann kannst du musst du auf einstellung gehen ja dann warte mal wie waren das ach so denn oben auf steuerung und einfach nur auf wo controller neu zuweisen steht drauf drücken dann müsstest du einmal um müsste auf tastatur umschalten leider nicht da muss ich kann ja nur die ach nee warte mal auf controller du musst ganz rechts oben auf controller ja dann tasten belegung zurücksetzen dann bist du wieder auf tastatur ja ah ok ne 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 auch jč ne 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 Ab geht's. Okay. Wir regeln das jetzt. Spielst du jetzt mit Joypit oder mit... Ja, ja, mit Joypit. Ja, umgehauen sehr gut. Alter. Ich überlege, was man an Energie verliert. Das siehst du ja, da hinten ist auch meine Energie. Meine Aktion, besser gesagt. Alter Scheiße, ich bin draufgegangen. Oh Mann. Ah. Schwierigkeitsgrad, er ist fuck, ey. Ja. Oh, aber dann mache ich mal folgendes. Da wir ja eh am Stein sind, dann komme ich nochmal gleich kurz in dein Spiel rein. Oh. Sogar die Milch deswegen vergossen. Ich muss mir nochmal irgendwie ein besseres Kabel besorgen. Hm. Ja, das ist ja jetzt so geil. Ich komme ja gar nicht. Warte. Oh, Fragment trennt sich von meiner Welt steht da. Genau, ich muss ja nochmal kurz raus. Ich komme gleich wieder rein. Cybermobbing. Cybermobbing. Was aber ganz gut ist, wenn wir jetzt, äh, wenn ich jetzt streame und der Code ist online und nächstes Mal ist ja wieder ein anderer. Das hat echt Vorteile. Ja, das stimmt. Ja gut, sonst könnte man ja auch erst verbinden und dann gehst du live und dann sieht man den Code eh nicht. Ne, genau. Ja, mit Tastatur ist das schon mal was anderes. Okay, ich hole mir mal schnell meine Punkte. Ja. Und renne zurück und level dann. Ich hoffe, dass ich einfach mal an denen vorbeilaufen kann. Oh ja, jetzt habe ich die Steuerung zurückgesetzt. Ah, okay. So. Oh, die haben mich sogar in Brand gesetzt. Alter Schatz. Oh ja, ich sehe es. Scheiße, jetzt bin ich gestorben. Hä, warum hatte ich denn nur 45 Punkte? Ich hatte doch meine Aktion wieder eingesammelt. Nee, nee, nee. Ich vermisse nicht. Oh, Fragment Tee verschmilzt mit meiner Welt. Oh. Das ist ja richtig gut. Ich dachte, du brauchst mich nicht mehr. Genau. So. Aktionen habe ich keine mehr. Nee. Ach, als nächstes werde ich streamen Beyond Two Souls. Das ist auch ganz cool. Mhm. Das ist auch so wie Detroit Become Human. So eine Art. Ja, ich kenne das. Der lädt irgendwie das Spiel jetzt nicht so wirklich. Okay. Ah, da bist du ja. Also, ich sehe dich auf jeden Fall. Du stehst da so rum. Echt? Ja. Ich habe noch ein Ladebild schon. Ich gucke nochmal. Bewegt er sich denn, wenn ich jetzt was drücke? Nee, gar nicht. Steht so rum. Der hat mich ein bisschen an der Hand schauert. Und wenn die so Friesen, ne, dann steht man aus. Wird rum. Ich glaube, da muss ich es nochmal killen. Sieht total abgehoben aus. Blau, glänzend, arrogant, redet nicht mit mir. Jetzt müsste ich gleich raus sein. Mhm. Verrückt. Ja, steht hier auf Fragment T. Hat auf Trennungsjahr gesetzt. Hä? Jetzt. Was ist das? Der gibt das Spiel jetzt im Fenstermodus wieder. Okay. Ah, jetzt. Das ist eigentlich geil. Alter, das ist... Ja, ja, das... Da war Paratroid ein bisschen besser programmiert. Unglaublich. Starten. Laden. Damit es nicht langweilig wird, laufe ich jetzt hier mal um den Stein rum. Ja, du kannst ja auch sonst halt irgendwas killen oder so. Nee, ich warte nochmal kurz. Ich kriege ja sonst ja da nur auf die Fresse. Also ich bin keine große Hilfe, glaube ich. Ja. Und jetzt scheint es zu gehen. Sehr gut. Warte, ich stelle nur kurz was bei der Steuerung. Mhm. Was ist das? Oh, nein. Das ist so viel. Du. Da. Dann noch. Dann noch. Dann noch. Ich habe schon mal zwei Leute... Oh, da hinten kommt der. Scheiße. Ich bring mal den Geist mit in die Hütte, ne? Das ist super. Ich hoffe, der kommt nicht in der. Also ich weiß gar nicht, ob der sich hier reintraut. Wo bist du denn? Ich komme gerade. Ah, okay. Also ich verschmerze gerade. Ich hoffe, dass er diesmal durchlädt. Also der hat ja vorhin noch die Gruppe zu vorher aufgehört. Doch, ich höre jetzt was. Ich müsste gleich da sein. Ah, ich sehe dich auch schon. Ja. Wieder an der Se... Oh, du bewegst dich und fährst den Stein an. Genau. Ich habe... Ich kann nämlich wieder levelen. Oh. Ich nehme nochmal, glaube ich, Ausdauer. Ausdauer ist mit das Schlimmste. Hm, finde ich auch. Ich hatte bei meinem 75er Charakter Stärke irgendwie über 40. Und dann habe ich gedacht, Alter, das ist immer noch nicht effektiv genug. Dann habe ich Reflexe erhöht und habe dann aber gemerkt, umso mehr Reflexe, umso schneller schlägt er, aber umso mehr verbraucht er auch Ausdauer. Also es muss da alles irgendwie so ein Gleichgewicht leveln. Oder am besten Ausdauer ist wirklich, glaube ich, mit am wichtigsten irgendwie. Ach, da ist er. Alter. Er hat gleich auf mich rumgehauen hier. Okay, das gab gute Punkte. Warte, dann lade ich mich am Stein nochmal auf. Dann brauche ich nicht extra ein Leben verschwenden. Wie hat man nochmal auf der Tastatur die Gegner fixiert? Ähm. Warte, mit R. Ah ja. Okay. Genau. Und F war heilen. F war heilen. Äh, Steuerung war, ähm, Rollen und Springen. Genau. Gab es sonst noch was? Nee, ich glaube, das war es eigentlich. Alter, das ist scheiß Raketenwürmer hier, wollte ich gerade sagen. Oh, da hinten läuft hier wieder so ein Riesentyp rum, äh. Mann, 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 Mann. Schön. Oh, zwei gleich. Oh nein, ich habe das versehen geheilt. Oh, ich muss mich sogar heilen. Oh. Oh. Ah, den haben wir auch sehr gut. ok da sind sogar meine punkte noch x jawohl 9000 punkte er da kann ich aber super level ja wir können noch mal zurück ja würde ich auch ich würde sagen wir machen den hier noch platt wir müssen ja sonst wie hier lang und dann so dann würde ich sogar sagen dass ich ich habe jetzt 10.000 punkte als ich sehen habe ich ganz übersehen 10.000 punkte dann würde ich noch mal dreimal kondition leveln ausdauer ich habe sogar wichtiger als lebens ja so aktion habe ich jetzt auch so ausdauer mir fehlen sechs punkte dann hätte ich auch ärgerlich das macht nichts im gegensatz zu dir verliere ich nie meine punkte auch wenn ich sterbe ach ja das ist ja vorteilhaft mal dann können wir ja mal wenn dir sechs punkte nur fehlen wenn wir hier rechts lang gehen können wir hier ist glaube ich einer wenn hier keiner ist kommt gleich einer rausgekrochen ja da ist er hinter dir ach warte mal ich kann den ja auch platt machen kriegst du auch die punkte ne oh ich seh den gar nicht ok ist ja auch geil warte mal ansonsten sind hier noch welche die du wo du punkte machen kannst aber hier sind keine ne links müssten aber irgendwo noch ach hier habe ich übrigens immer gelevelt ich habe immer die großen platt gemacht und wenn ich den alle drei großen platt gemacht haben also auch hier oben von der leiter her dann bin ich immer runter gesprungen und dann bin ich habe ich wieder neu angefangen und habe die punkte eingesammelt und so konnte ich immer mehr leveln weil wenn du alle gegner nämlich platt machst in dem game dann hast du das problem dass keine punkte mehr kriegst du musst dann noch klein freitod wählen und dann geht das sehr gut ich will mal gucken hat die hier ist ja nichts weiter ok dann können wir ja theoretisch hier hoch wieder ist halt nur wieder gucken du musst wieder springen ja ich hab dich eh verloren ich weiß nicht wie du bist ach so ich bin die leiter wieder hoch wir haben eine leichte ist warte mal dann bleibt mal stehen wo du bist ich komme runter ich muss denn hier noch mal die fixierung wegnehmen ah jetzt bin ich siehst du ich bin vor dir gelandet und tot aber macht nichts da kann ich die punkte wieder einsammeln dann ja das ist echt verwirrend die level hier noch ja ich glaube ich auch tausendmal durch rennen um es dann zu raffen wo ich hin muss ja genau das ist gar nicht so einfach vielleicht schaffen es ja auch irgendwie also wenn wir an die großen rangehen haben wir ja das problem also wir kriegen zwar viele punkte das ist auch schön aber wir kommen irgendwie nicht zum endgegner ohne schaden ne ja aber das macht ja nichts man kann sich bis zum endgegner durchschnetzeln dann zurücklaufen und wieder hin ja ok das stimmt auch so jetzt nehme ich nochmal raus rein alter Falter der besorgt es mir aber wieder richtig hat er die energie reicht immer noch nicht so richtig die siehst du jetzt aber wieder ich hatte auch nach unserem letzten stream weil da ja so viel verbindungsabbrüche waren auch noch mal den ping bei mir getestet also ich habe keine paketverluste mehr alles super also seitdem ich die sechser ip ausgeschaltet habe richtig gut jetzt haben wir können wir auch theoretisch hier erstmal lang die beiden bisschen aus dem weg zu gehen oder wollen wir die gleich platt machen ja oh das ging aber diesmal ganz gut jetzt haben wir hier noch ein ich weiß jetzt müssen wir ein bisschen laufen weil hinter uns ist noch so ein fetter da musst du jetzt mal energie aufladen ja ja sonst mach ich den erstmal platt ja ich komm mal mit ich versuch's zumindest und dann sterbe ich und dann kannst du mich retten ja genau die kondition reicht immer noch nicht aus ok alter kommt er hier aus dem hinterhalt doch das schwert wird und wie länger tatsächlich finde ich diese taste drücken genau ist mir vorhin schon aufgefallen das ist aber ein langes schwert so es ging doch ganz gut ja jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel energie aber der kreis schließt sich bald wir können sonst auch zurück und auch sagen ich hole mal kurz meine punkte aber der hat eben da auch schon wieder falsch fokussiert hier so genau und wenn wir jetzt müssen wir hier lang und dann die beiden abmakkeln sehr gut aber kreis hat sich geschlossen energie kann ich wieder voll aufladen so und hier ist immer die leiter die ich meine jetzt hier rein also ah ja genau und dann hier hoch und hier wieder aufpassen wegen der treppe ne ja jetzt hier habe ich meine aktion gleich eingesammelt ist okay warte mal jetzt muss ich mal gucken ich müsste theoretisch ich jetzt wieder belebe werde ich wahrscheinlich sterben genau deswegen geht lieber woanders hin oder mach was anderes warte mal dann ich gucke mal dass ich zum oh jetzt wäre ich beinahe selber runtergefallen ich kann ja mal kurz zum stein laufen gucken dass ich mich da auflade und dann komme ich gleich zurück und werde dich wieder beleben müsste ja gehen glaube ich wieder falsche richtung ich muss mir mal angewöhnen links rum zu laufen äh du kannst mir noch zugucken ne genau also ich meine nein ich bin einfach nur starr da wo ich gestorben bin also nur da kann ich rum gucken ah ok also man ist an seinen körper gebunden sozusagen ist ja auch nicht schön ich meine ich kann dir übers handy zugucken das ist auch schön ich habe es gefunden sehr gut jetzt bin ich da aktion verbrauchen es gibt noch mal ordentlich punkte schneller ich war eigentlich ja schon guck mal ausdauer nur für dich sehr gut ach das war schon 400 punkte fehlen mir noch so dann hole ich dich mal schnell wieder gut dass ich den weg noch kenne bist du noch am stein äh ne ok ich bin jetzt schon wieder um weg zurück weil eigentlich ist es besser ich kann ja einfach raus und nochmal sich also auch am stein spawnen weil wenn du mich jetzt wieder belebst hast du wieder nur halbes leben ok können wir auch machen dann laufe ich hier ein bisschen rum genau du trennst dich und ich gucke mal es nur 23 finde dass ich irgendwie um haue genau stimmt weil mich ja selber opfere dann das macht ja dann wenig sinn ja dann kann ich ja auch schnell noch leveln und dann mhm so ich bin unterwegs ok so ich bin wieder zurück in der gasse ich werde echt zum gassenhauer ich werde die jetzt gleich mal umlegen da muss noch zwei sein so so Aluminiumoxid habe ich bekommen das ist ja auch schön ah hier sind die nächsten die ich noch umklatschen kann ich werde kurz vor dem vor dem kopf alles sagen ich werde mich hören meine punkte um noch mal den nächsten level zu holen 872 auf 4.900 hier sind auch noch welche den haben wir auch alter dieser scheiß fisch schnell weg laufen bevor die nächsten fische kommt unten ach ich habe sogar noch zwei ich könnte theoretisch auch meine energie neu auf land oder bist du ja schön dass du gekommen konntest ja so sicher dann können wir jetzt noch mal kurz zurück hier bin ich auch falsch ja 5093 genau muss mal gucken was ich jetzt nehme als currywurst mit pommes lecker lecker jetzt hätte ich wirklich bock drauf und ich finde auch döner ist das echt das ist ein geschenk das also ich habe die habe ich auch noch zum zum essen lecker ich mir auch nachher mal rein snacken das ist so wir könnten auch ich habe sogar den kreis voll ich habe zweimal energie energie komplett voll könnten theoretisch zum endgegner die waren hier schon runter gesprungen hatte mir jetzt muss ich überlegen ich glaube wir müssen die richtung und dann rechts abbiegen irgendwie hier gleich in der nähe so eine tür aufgegangen wo dann wo man rein konnte das kann ich weiß nur dass man jetzt hier lang kann und dann rechts dann kommt man irgendwie zum gegner weil der ist fisch ist abgehauen aber der ist harmlos dann gehen wir erstmal die treppe runter glaube ich sehr gut scheiße ist immer wenn die ein mit der rakete treffen auch match ist fisch endlich hier können wir noch eine aktion schade dass da nichts drin ist ich denke mal das muss bestimmt alles nur nachgepatscht werden oder so vielleicht ist es auch nur deko das welches zersplittert so jetzt heißt es goodbye aua der hat mich sogar getroffene hammer so du hattest ja gesagt ich soll ein bisschen rumlaufen ein bisschen mich ja ich versuchte mal bei dem aber der lappe energie einmal aufladen bitte alter ich habe gerade energie aufgeladen voll bis oben hin und dann hat er drei feine geschossen aber die haben ganz gut gesundheit verloren eigentlich wenn man auch sie drauf sammelt ich glaube auch man kann das schaffen so jetzt sogar punkte zum zum level wieder nähne ich glaube schon naja nicht genug 3800 habe ich luxusprobleme bei mir steht oben rechts 0 ja das ist echt heftig man schlägt zu und verbraucht sofort seine energie als seine ausdauer das ist echt gut er stand da eben auf dem toten auf dem misthaufen rum so eine kröte so ja jetzt sieht es hier schon wieder aus als wenn man hier gleich zum endgegner kann links na ja ja mal reingehen ja ich meine hier ist auch der stadt in annähe das hat man hier ist hier ist ein stein den kann ich gut an die doch nicht ja hier bei jedem stein den wollte ich gehören jetzt ist er hier hinten und zu kauf was ist das ist das eine arena oder so was ich weiß gar nicht weil außer ja ich bin tot hat schon geheimgarten ich will ich was ja jetzt kannst du aber raus was ich krass fand ich habe immer den stein gesehen wollte ich zu den steinen hin und dann waren auf einmal zombies also merkwürdig die haben nur gespawnt oder das war doch so ab und zu ist das da wohl so ich habe null punkte aber du wirst wahrscheinlich wieder viele haben ich weiß nicht ja ich habe 8000 super aber ich brauche jetzt mittlerweile über 4000 um zu leveln ja ist komisch wenn man die arena schafft ist die frage was dann passiert irgendwie ne aber die taucht ja nicht immer auf irgendwie jawohl frage ist auch ob jetzt sind die so nah beieinander die fixieren sich total auf dich weil du wahrscheinlich mehr kraft hast ja das kommt drauf an das ist auch wer zuerst schaden macht deswegen das kann man ganz gut kontrollieren ja 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 Oh, Alter. Beide von hinten abgemackelt. Wie geil. So, jetzt müssten aber meine Punkte ja eigentlich rumliegen. Ah, da sind sie ja. So, wenn ich die jetzt einsammle, habe ich 8.048. Sehr gut. So. Jetzt haben wir ne, mein Ring ist bald voll. Das ist gut. Dann habe ich nämlich auch wieder zwei. So, hier können wir glaube ich auch lang. Dann kommen wir zum Fischen. Schon mal die Angel aus. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß schon, warum ich keine Fischburger esse. Genau, jetzt muss ich auch. Ist schon mein Boss. Ja. Jetzt habe ich auch wieder zwei. Dann würde ich vorschlagen, ich renne noch mal zu dem Stein. lade mich auf, weil ich habe nämlich jetzt auch zweimal volle Energie. Ja. Und level noch mal sogar. Lade mich auch wieder auf am Stein und dann können wir zum Gegner, zum Endgegner. Ja, das finde ich gut. Hier lang, ne? Ich brauche zumindest eine Aufladung. Warte mal, ich muss mal gucken. Ah, hier müssen wir lang. Ich merke mir immer diesen blöden Zaun. Dann weiß ich mal, wo wir lang müssen. So. Spielst du noch mit dem Controller? Ja. Krass. Ja, ich habe den Xbox 360, den habe ich mir mal gekauft. Und der ist echt mega kompatibel irgendwie. Also, ist echt super. So. Stärke. Und jetzt fehlen mir noch 600 Punkte oder so, aber ist egal. Kann ich beim nächsten Mal machen. War ja auch damals so eine Empfehlung, irgendwie einen Xbox 360 Controller für den PC zu nutzen. Das ist ganz nice. Mhm. Aber ist ja, ähm... Aber ist ja, ähm... Xbox ist ja Microsoft, von daher passt das, glaube ich, ganz gut. So, genau hier lang und dann wieder rechts, ne? Ne, ne, links, links. Obwohl, ich weiß gar nicht. Doch, hier sind wir richtig. Wie? Kann man hier auch hoch, irgendwie? Ja, hier kann man hoch, hier kann man hoch. Aber, da ist nix irgendwie, ne? Ne, das war's dann. No. Na gut. Lauft jemand hinterher? Ich bin schwer tot. Oh, zum Kotzen echt. Oh, diesmal habe ich aber einen Fehler gemacht. Ich war eingeklemmt, irgendwie zwischen den beiden. Wenn der so eine komische Weltkugel macht, dann hat man ein Problem. Ja, ich würde auch sagen, mir wird das auch schon reichen. Ja, würde ich auch sagen. Das ist doch echt so warm. Ja, das stimmt. Aber mir lief vorhin auch die Suppe runter, also. Ja. Ich würde auch sagen, wir machen an dieser Stelle erst mal Schluss. Mache ich jetzt mal den Stream aus. Das ist doch auch so. Ja.